Einen wunderschönen guten Tag zusammen! Oh, ich muss das so machen, sonst ist meine Hand nicht im Bild. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Runde Portal 2, wieder mit am Stizzle die Evo-Bell. Grüß die Evo. Und ja, wir hatten gerade schon philosophiert, wie... Ach ja, die Gesten. Hier, können wir mal damit anfangen. So, Evo hat gewonnen, jetzt müsst ihr zum Mitleid alle ein Abo dalassen. Auf jeden Fall. So, und wir hatten schon drüber philosophiert, wie man denn jetzt dorthin kommt. Ja, ich weiß es noch. Zack. Ich weiß es noch. Und zack. Und Abflug. Ui. Klatsch. Äh, du musst da so reinhüpfen, Evo. Entschuldigung, ich musste gerade kurz was erklären. Ui. Hä? Klatsch. So, dann geht das los hier bei der freundlichen Stimme aus dem Aufkleid wieder. Ach ja, jetzt geht ja die Beleidigungen wieder los. Das Mobbing am Abend, ich hab's die letzten Tage vermisst. Kannst du mal aufhören, bitte meinen Körper zu klauen? Ja, echt mal. Glotzkowski. Nicht Glotzkowski. Ich hab übrigens nochmal nachgeguckt. Also, die beiden Körper, du heißt, äh, Peabody. Wie praktisch. Und ich heiße Atlas. Nein, du heißt Glotzkowski. Da bin ich der Glotzkowski. Glotzikowski. Wir könnten auch Pinky und Brain nehmen. Ja. Nee. Du weißt aber schon, dass Pinky eher so der lange Schlagsiege ist und Brain... Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Ah ja. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. Okay, jetzt wird's hier interessant. Jetzt haben wir hier, ähm, diese Lichtbrücken. Ich hab da einzeln. Ja. Und dann? Kannst du da oben einzeln machen. Ja, aber wie kommen wir da? Die Lichtbrücke geht damit durch. Wuh. Ja, sieht schon geil aus hier, ne? So alles so heruntergekommen und so. Hat was. Naja, wir haben ja auch ne Weile geschlafen. So. Und jetzt, ähm, genau. Hier runter. Und dann kannst du mal dein rotes Portal dorthin machen. Schon rot. Rot? Dorthin? Ja, ich wollte nur gucken nicht, dass du ins Wasser fällst. Nein, alles gut. Alles gut. So. Und dann den... Ach, scheiße. Wie war denn das auch noch? Ja. Toll. Achso, ja doch. Ach, wir können ja durch das Portal gehen. Hoho. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt kannst du einfach Aua runterspringen. Klatsch. Yay. Hehehe. Wollt ihr mich beeindrucken? Am besten ginge dies, wenn ihr das nie wieder macht. Ja, das, äh... Ach, das ist immer so ne Spaßbremse. Ja. Aber warum? Ich weiß nicht, dass es ne Mobbing-Tante ist. Ja. Leute, mecker zippe die. So, ich klatsch mich mal da. Ich guck mal, wo ich lande. Oh. Okay. Wollte grad sagen, wir müssen doch bestimmt da... Ups, hella. Äh... Oh nein, 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 nein. Geh weg. Äh... Warte mal. Daaa... Wir müssen... Warte. Da? Ja. Und hier. Da. Oder nicht? Weil da ist ein Knopf zum drücken. Aber da müssen wir auch erstmal hinkommen an den Knopf, ne? Ja, du kannst da hin hüpfen. Ja, aber dann verschwinden meine Portale. Ja, aber wenn ich das machen würde, nicht. Aber ich komm da nicht hin. Bis zu... Uah... Bis zu dem Knopf. Kannst du... Kannst du doch... Ne, kann man nicht. Hä? In gehüpft. Oh ne, doch nicht. Okay, dann muss das vielleicht eher... Yuki Senpai sagt, seid gegrüßt heute mal der Unterwelt. Ja, Gott zum Gruße. Hallo. Äh... Vielleicht versuch das mal da, dann landest du auf meiner Brücke. Das könnte klappen. Nein. Okay, du kannst nicht durchhüpfen. Nein. Okay, warte. Dann machen wir es vielleicht eher da hin. Und dann machst du die Brücke unter meinen Hintern? Ja, kann ich machen. Hui. Okay, das hat ja schon mal so weit geklappt. Ach ja, jetzt. Oh. Ja. Warte. Mhm. Okay, ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, dann könnte ich hier ein Portal machen und... dort. Und könnte dann hier mal durchflitzen. Wenn ich es denn nicht so tief gemacht hätte. So, und dann... Ja, danke. Bist du jetzt runterge... Ah, warte. 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 Ja, ich bin runtergefallen. Natürlich bin ich runtergefallen. Weil da ein minimaler Spalt war. Spalt N. Ja, versorgte Kopfschmerzen. Hüpf. Oh. Ein Ball. Ein Ball. Wir haben einen Ball. Der Ball muss... oben. Oh. Da hin. Äh. Ja, warte. Ich kann ja nochmal runterkommen. Und... Dann... Lass mal den Ball los. Äh. Hä? Ball? Hallo? 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 Da. Dann nehme ich den mal mit. Ich hüpfe mal hoch. Wo? Oh nein! Der geht dann ja auch kaputt. Da war ja was. Das ist ja kacke, ja. Ich mach die... Nee, komm mal zurück. Was? Achso, nee. Geht ja gar nicht. Ich wollte gerade ne Brücke hier hin machen, dass du dagegen fällst quasi. Aber dann kommst du ja nicht auf die Brücke rauf. Doch. Wenn du sie da drunter machst dann. Weißt du wie ich mein? Die fällt ja runter. Achso, dann muss ich schnell... Uh. Aua. Du musst deine erste Brücke deutlich weiter oben machen. Meine erste? Geht das? Ja. Ja. So. Und dann... Nee. Aber wieder in die Mitte bitte. Und dann hüpfe ich hoch und dann machst du die Brücke unter meinem Arsch. Alter. Ja. Achso. Ja, nee. Ich muss erwarten, dass du gefallt. Entschuldigung. Ja. Hab ich auch nicht dran gedacht. Hätte ich noch... Ist halt so. Aber wir nähern uns an. Wir nähern uns an. Äh. Ich war noch nicht am Ball. Achso, du warst noch gar nicht fertig. Achso, du warst noch gar nicht fertig. Ich hatte noch keinen Ball... ...gehabt. Klatsch. So. Da... Und da. Bitte die Brücke noch lassen. Ja, ich... Ich warte, bis du geplönt hast und runter gehüpft bist. Also muss der Ball da sein. Danach ist fast alles egal. Hä? Da ist er. Äh. Ja, der Ball lag hier noch. Hä? Der ist nur runter gefallen scheinbar. Aber den habe ich tatsächlich auch nicht realisiert. Okay. Warte, ich mache meine Brücke jetzt da oben hin. Ja, ich klatsche gegen und dann musst du eine unten runter machen. Klatsch. Jo. So. Jetzt kann ich ja schon mal den Ball hier reinschmeißen. So. Äh. Mit E. Oh. Physik. Danke. Bitte das gleiche mit mir machen. So. Du musst, äh... Ja, flieg mal... Das gleiche mit mir machen. Ja, flieg mal hoch. Äh. Ui, das war knapp. Eieiei. Ja, du kannst ja jetzt einfach hier runter hüpfen. Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Aber immer, ne? Aber immer. Nee, nicht immer. Jawohl. Ey. Ey. Hallo, hallo, hallo. Das ist... Hallo. Das ist aber nicht... Kekse. Hehe. Hehe. Aua. Wie unfair. Trubbel, trubbel, trubbel. Wir sind aber gar nicht mal so schlecht dabei jetzt. Das geht. Aber wir, glaube ich, auch noch zum Warmwerden. Die Level nachher werden noch richtig eklig gemein. Ja. Toll. Vielen Dank auch. Ich war gerade so stolz auf uns, dass wir das alleine geschafft haben. Ja, wir steigern uns ja auch ins Unermessliche. Das können mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Neben uns. Ja, da. Achso, ne. Ja. Ups, hallo. Was war das denn? Äh. Der falsche Kraft war das. Aha. Wie jetzt weiter? Äh. Ne. Äh. Warte. Scheiße. Wie war denn das jetzt auch noch? Hä? Oh, guck mal. Über uns. Aber das wird uns nicht helfen. Ne. Wir müssen das... Ach, ich hab, ich hab ne Idee. Äh, komm mal. Komm mal hierher. So. Aua. Aua. Ähm. Setz mal bitte eines deiner Portale... Ne, das geht gar nicht. Äh. Eins muss bestimmt dahin. Ja. Hä? Aber... Aber... Ah, scheiße. Aber ich weiß jetzt wie. Ich weiß jetzt wie. Ich weiß jetzt wie. Ich weiß jetzt wie. Wir müssen dann wieder zurücklaufen. Hä? Warte, ich setz mein Portal da hinten. Dann laufen wir hier auf das untere und dann setze ich mein Portal auf die andere Seite. Mach mal. So. Aber denk dran, du fällst dann runter, ne? Ja, aber das hier bleibt doch stehen. Ich klau dir quasi... Ach, scheiße. Das war die falsche Farbe. Machst du das bitte nochmal? Äh, ja. Stehen bleiben. Ich komm gleich. Geld. Menschen mit niedrigem IQ, oder wie sagt der so schön vorhin? Ach ja. Ach ja. Ach ja. Wir können ja durch die Portale gehen. Immer wieder vergesse ich das. Jetzt hab ich aber keine Ahnung, wo wir so sind. Standen wir eben da? Wir standen eben da. Wir standen eben da. So, das heißt doch jetzt, wir können dort eins setzen. Komm mal wieder zurück. Und dort eins setzen. Ja. Oh Gott, sind wir Brains, ey. So, und dann brauchen wir eins. Da müssen wir wahrscheinlich da oben eins, damit die hochkommen. Äh, setz mal... Da, wahrscheinlich. Ja. 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 Ja, eins. Oh, was ein Brainfuck, ey. Oh, mega. Jetzt müssen wir nur noch da rüberkommen. Da rüberkommen. Ach, kannst du das Gelbe ein bisschen höher setzen? Da nochmal ein bisschen höher. Da kommen wir nicht hoch. Besser. Sehr gut gemacht. Äh. Äh. Äh, äh. Wie war das? Mal in diesem Test versagt. Ach so. Ja. Nicht, dass das wichtig wäre. Ja, sorry, dass ich runtergefallen bin. Oh, ich hab mal gewonnen, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Ja. Ja. Guck, da stehen die Namen auch nochmal. Na super. Dafür hab ich jetzt extra nochmal gegoogelt gehabt. Gibt das nicht irgendwo in irgendeinem Film? Peabody? Oh, keine Ahnung. Eine meiner besten Tests. Und die lassen hier Pflanzen wachsen. Unfassbar. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Ja, der Mr. Peabody. Wo ist das her? Zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Keine Ahnung. Ne, Christian hat gerade mit gebrained. Gibt das hier auch... Ne, gibt es nicht. Also auf jeden Fall wäre da... Ich schmeiß mal da hinten eins hin. Dann können wir da mal um die Ecke luschern. Da müsstest du hüpfen. Uah, ja. Und dann könnte ich aber da schon mal eins setzen und... Ja, du... Ne, wir hätten das andersrum machen. Ich hätte durchgehen müssen. Warum? Obwohl, ne, dann hätte ich ja das Portal geklaut. Hier ist übrigens ein Knopf. Was macht der Knopf? Er schmeißt einen Ball. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen... So... Und so... Dann haben wir da schon mal... Eine Brücke. Äh... Du müsstest dich, glaube ich, mal irgendwie da hinstellen, dass du den Ball fangen kannst. Magst du? So, wenn ich mir durchkomme. Ja? 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 Ich drücke den Knopf. Ich drücke den Knopf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Ich bin zu weit weg gewesen. Jetzt müsste das gehen. Okay. Oh, kommen wir auch unendlich Bälle raus. So ist das ja nicht. Nein! Ah! Nur einmal E drücken, dann bleibt der bei dir. Du musst es nicht gedrückt halten. Ist mir letztens auch was. Nee. Ernsthaft? Ich habe den an der Brücke verloren. Okay. So. Vom P-Buddy und Schwirmen. Okay. Stimmt. Äh, komm mal gerne wieder hier so hin. Und dann... Warte, 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 warte. Nicht, noch nicht. Jetzt kannst du. Ja, wir müssen ja da oben irgendwie hin mit dem Teil. Und dann... Und dann... Jo. Ich weiß nicht, die Felder da oben sind zu klein, ne? Äh, warte mal, warte mal. Äh, ich nehme dir mal den Ball ab. Warte. Deine Portale brauchen wir ja nicht mehr. Du könntest jetzt dein eines Portal dahin setzen, das gelbe. So, dass die Brücke da durch geht. Und... Nee, vielleicht da oben irgendwo. Beine. Ja, das rote dann. Halt, 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 halt. Ja, jetzt das rote da oben. Und dann... Konntest du mitkommen hier durch. Und dann können wir den Ball hier reinlegen. Yay. Ja. Ach, dann war es das ja schon. Oh, das ging ja dann noch. Aha. Das ging ja dann noch. Äh, eins von X. Dr. Frag sagt, mit Joker müsst ihr rufen. Mhm. Aha. Warte mal, hüpfen tun wir bestimmt... Ach, warte, ich geh mal kurz ne Runde hüpfen. Jetzt schon? Ja, ich guck mal, wo ich hinhüpfe. Aua. Okay, da rüber. Und da oben gibt's ne Brücke. Und... Da ist der Ausgang. Äh, ja. Klatsch. Da ist dein blaues Portal. Kannst du nicht dein... Kannst du nicht dein... Kannst du nicht dein... Ich kann die Schranke machen und... Ich bin das... Upsala. Ähm... Mach du mal... Ähm... Genau. Pass auf. Mach du mal dort oben dein Portal. Und... Richtig ja deins. Äh, ja. Das stimmt ja auch wieder. Warte mal. Ich hatte gerade schon die Lösung. Und... 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 Achso. Jetzt hab ich's. Ähm... Dort einmal hin, bitte. Das Rote. Du jetzt machen, weil ich jetzt... Gelb und Rot ja mit dem... Nee, du... Du musst Rot da mal machen, bitte. Mach mal Rot da. Äh... Tiefer. Ja. So. Und wenn mein Plan funktioniert, was er wahrscheinlich nicht tun wird... Dagegen und auf meine... Dann kannst du hier mit drauf kommen. Aber schön, dass du mich unterbrochen hast, weil den ersten Punkt hätte ich nämlich auch so gesagt. Komm wieder hoch. Nein. Äh, warte ich muss mal... Warte, ich mach das Rote mal ein Stück höher. Komm, lauf. Okay. Okay. Wir passen da nicht zu zweit durch, Mann. Wir passen da nicht zu zweit durch, Mann. Wir passen da nicht zu zweit durch, Mann. Ja, wir sind schnell dabei. Also... Ah. Äh... Bis jetzt. Ich schufe gegen das da abgeschmiert, damit die Menschen mit sich zufrieden sind. Er ist extrem leicht. Er ist extrem leicht. Folgt einfach den Pfeilen. Mhm. Ja. Ja. Vier von acht. Also... Ich würde sagen, wenn wir mit dem hier durch sind... Es gibt keine Pfeile mehr. Viel Glück. Höchsspringen und dann wahrscheinlich da drunter das Portal basteln. Aber wo müssen wir denn hin? Das frage ich mich hier auch gerade. Äh. Ach, da drüber müssen wir. Aber wie sollen wir denn da durchkommen? Haha. Lass mich sehen, was du siehst. Kannst du das bitte auch machen? Achso, du bist schon oben, ja? Ja. Du musst das auch so machen. Du musst im Hüpfen dann dein Portal quasi unter dich setzen. Und dann durch dein Portal laufen. Na gut. So, jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir jetzt nach da oben? Scheiße. Ah. Ja. Hervorragend. Doch. Hä? Äh, ja. Oh Gott. Oh Mann. Ist das nicht. Äh. Ja. Laufen sie weiter bitte, junge Dame. Oder nicht. Achso doch, wir sind da eine Etage drüber. Ich habe gerade gedacht, oh Gottes Willen. Alles easy. Wir sind richtig gut dabei. Das schräge Laufen war gerade ein bisschen irritierend. Uh, uh. Hä? Jetzt waren wir nach unten. Oder? Hä, sind wir jetzt nicht schon wieder am Anfang? Hä? Das ist nur die Frage, wie kriegen wir das Portal hier weg? Äh, die Brücke hier weg. Da unten ist der Ausgang. Also, da nicht, aber... Hä? Hä? Äh, wir finden das raus. Wir finden das raus. Wir finden das raus. Wir finden das raus. Wir können ja hier durchlaufen. Wir können ja hier durchlaufen. Oh, ich lerne das nie. Das Spielchen können wir jetzt wahrscheinlich die bis nach unten spielen. Nö. Oder einfach runterhüpfen. Ach, ist unter uns schon Boden? Okay, das habe ich irgendwie nicht realisiert. So. Achtung, Wasser. Gott. Äh, welche Farbe? Ah, hier. Da, da. Äh, dein... Ich habe, äh, dunkelblau, hellblau, dunkelblau. Dunkelblau. So. Und so. Oh, guck mal, hier geht ein Fußboden hoch. Hier ist überall Bläbä. Gegenüber. Rechts von dir. Da musst du dein hellblaues hinmachen. Ne, wenn ich das hellblaue da hinmache, das ist unsere Brücke weg. Wenn ich das hellblaue da hinmache, ist die Brücke weg. Wir können doch hier auf dem Ding stehen. Und... Hm. Kommen wir jetzt wie hin? Tja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Nico. Na, Quatsch, Nico. Hm, warte mal, ich geh mal kurz was drucken. Nö. Äh, kannst du da im Portal setzen? Ja. Und... Kannst du... So. Das ergibt keinen Sinn. Ach, guck mal, was ist denn das da? Ähm... B. Was ist das da hinten? Hm. Weil man kommt ja von dieser Plattform aus... durchaus dort noch hin zum was hinschießen. So ist das ja nicht. Tja... Hier ist auch nur eine Wand. Schwupp. Geht das da rauf? Kannst du nicht dein dunkelblaues da, wo mein gelbes jetzt ist, hinmachen? Natürlich. Soll ich mal vorgehen? Ja, das war die Frage, wo wir hin müssen, ne? Nach unten. Wir müssen nach unten. Aber warum? Ah! Okay, setz mal dein rotes dorthin. Und dein gelbes dorthin, bitte. Und dann stell dich über dein rotes Portal auf diese Brücke. Ach Gott. Höh... Siehst du? Ja, ich hasse es jetzt schon. Hat doch geklappt? Nicht, ja. So... Ja, so. Der Blau ist einfach nur... Ja, genau. Einfach nur irgendwo in die Lade frei. Platsch. Glückwunsch. Euer Erfolg bei diesem Test beweist, dass die Menschen Unrecht hatten. Sie hielten ihn für undurchführbar, tödlich, grausam. Und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als Defekt. Defekt. Wört, Wört. Wört, Wört. Wört, Wört. Wört, 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 Wört. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid in dieser Aufnahme. Die nächsten Testsubjekte forderten für den nächsten Test Helme, um Herrnverletzungen vorzubeugen. Ich wählte die kostengünstigere Variante, tödliche Schmiere. Dann kann ich das hier gleich rausschneiden. Moment. Bitte. Die Glocke nicht vergessen. Super, das kann ich mir hier rausschneiden. Toll. Ja, seid gerne das nächste Mal dabei. Im Stream geht es noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, bleibt gesund.